Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zurück zum Goddard-Podcast, dem Podcast, bei dem euch zwei sehr alte Menschen das Neueste zu einem blauen Igel erzählen, der sehr schnell rennt. Genau. Das fasst es halt immer eigentlich sehr gut zusammen. Ja, spätestens der Part mit den alten Menschen. Wir, das sind der liebe David aka Dev. Hallöchen. Und ich, Steven, beziehungsweise Ruki, und wir melden uns heute zurück mit Folge 138 und einer ganzen Reihe an News zu Sonic Frontiers. Vorher habe ich aber noch ein kurzes Update zu letzter Woche. Ich habe kein Corona, die Tests waren einfach richtig scheiße. Ja, das habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht. Also mein Mitbewohner kam dann am Sonntagabend nach Hause, hat nochmal selbst einen von diesen Tests gemacht, war auch positiv, obwohl er sich die ganze Woche negativ getestet hatte, irgendwie zehn Tests oder so. Und da war ich dann schon so, okay, ja, das ist nichts. Und dann nächster Tag PCR-Test, bestätigt negativ. Und dann dachte ich mir so, okay, diese Tests für 20 Euro für fünf Stück kaufe ich niemals wieder. Ja, ich hätte keine gute Idee zu sein. Aber ich bin schon etwas verwirrt. Also ich habe jetzt zwei Konzerte mitgemacht und ein Festival und kein Corona. Also es ist schon, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe fest damit gerechnet, nach mindestens einer dieser Sachen mit Corona nach Hause zu kommen. Ja. Aber naja, das nur als kurzes Update. Und jetzt habe ich noch, ich habe noch eine schockierende Information für den David. Oh nein. Der Erfinder von Sonic, Eugene Lager, selbst, sagt, I do not speak English, but I believe it is Hydro City. Okay, ich muss mich leider gestern geben. Der Hydro City Traum ist leider tot und begraben. Ich finde das aber so krass, dass Sega mit einfach einer simplen Umfrage so ein Loch in die Fanbase gerissen hat, dass die Fans dann Yuji Naka anschreiben, wie es richtig heißt. Und ich weiß nicht, ich finde das sehr witzig. Ja, das ist faszinierend. Welche hohen Wellen, einfach so eine simple Frage, wie man jetzt eine Zone ausspricht, tatsächlich dann geschlagen hat. Tja, und es ist Hydro City. Ja, es ist Hydro City. Ich akzeptiere es. Eine Stadt voller Wasser. Aber Hydro City klingt nach wie vor cooler und dabei bleibe ich auch. Ich weiß, es ist nicht offiziell, das kann ich akzeptieren, aber es klingt einfach besser. Sega hat ja die wundervolle Möglichkeit auf einen echt witzigen Partner und sie haben sie nicht genommen. Ja, das ist halt auch okay. Aber wir wissen jetzt endlich, wie es richtig heißt. Yuji Naka himself hat es bestätigt. Ja. Also, quasi bestätigt. Er hat gesagt, er glaubt, es ist Hydro City. Ja. Aber eindeutiger als in mehreren Spiel-Soundtracks in der Benennung wird es auch nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, Yuji Naka ist dafür eine relativ verlässliche Quelle, was das angeht. Ja, aber er ist halt auch kein großartiger Englisch-Sprecher. Ja, stimmt schon. Aber naja, ich habe diese Woche Sonic Origins weitergespielt. Also nicht weitergespielt, sondern an der Nintendo Switch jetzt gespielt, wo ich mir vorgenommen habe, tatsächlich den Story-Modus zu spielen und den auf 100% auch zu spielen. Oh, okay. Ich bin jetzt bei Sonic CD fast durch. Und ja, Sonic ist, glaube ich, leicht suizidal. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Der war ein bisschen wow. Ich war in der Tidal Tempest Zone und habe dort, ja, also langsam ging meine Luft zu Neige und ich stand dann da so bei einer Blase und dachte mir so, ja, okay, da kommt ja gleich eine. Dann kam auch eine. Ich springe hoch und Sonic schwimmt halt einfach erst mal zehn Meter weg. Und ich kam auch nicht dichter mehr an diese Blase ran. Er ist einfach die ganze Zeit davon weggetrieben, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, eine reißende Strömung oder sowas. Und er ist dann gestorben. Ja, ich habe keine Ahnung, was da dazu passiert ist. Kann mich nicht erinnern, dass mir in dieser Saison irgendwo etwas Ähnliches passiert wäre. Das ist mir auch noch nie passiert. Das ist mir auch auf der Xbox nicht passiert, als ich es geschrieben habe, äh, als ich gespielt habe. Sehr seltsamer Glitch, aber durchaus unterhaltsam. Ich fand das nicht so unterhaltsam. Ah, im Story-Modus gibt es ohnehin unendlich leben, also whatever. Aber etwas, was mir auch noch nie aufgefallen ist, wenn man alle Timestones hat, sind die, äh, ja, diese Zeit-Teleporter-Dinger oder die, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Ding die Maschinen teleportiert in die Vergangenheit oder ob es einfach Maschinen produziert in der Vergangenheit. Aber die sind weg, wenn man alle Timestones hat und es sind nur noch die Mittelstonic-Hologramme da. Oh, okay, ja. Das wusste ich vorher nicht. Also, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich bei der 2011er-Version, äh, mindestens einen Spieldurchlauf hatte, wo ich wirklich beides gemacht habe, um halt alle Achievements damals zu kriegen. Mhm. Aber das fand ich interessant. Ja, okay. Und weiterhin ist mir aufgefallen, der Dropdash funktioniert halt wirklich nur in Sonic CD und Sonic, äh, drei Knuckles. Ja, und die CD auch nicht ganz so ideal. Ja, aber es erfüllt seinen Zweck. Ja. Ich benutze ihn eh kaum. Hm, sonst mehr. Er ist wirklich ein wundervoller Move. Ja, so wie der Sonic CD Spindash eigentlich. Ich hab dann aber auf Twitter mal, einfach weil ich auch nachgehend an unsere Diskussion letzte Woche, das Interesse hatte mal zu erfahren, okay, wie sieht das so aus im Verhältnis? Jetzt muss ich gerade mal den Tweet suchen. Äh, 8% präferieren den Sonic CD Spindash und den Sonic 2 Spindash entsprechend 92%. Ja, okay. Gut, das haben jetzt nur 25 Leute mitgemacht, aber ich finde, das ist schon halbwegs, ja, aussagekräftig so für die Sonic-Fanbase. Ja, schon irgendwie, ich schätze mal, wenn man jetzt irgendwie 1000 Sonic-Fans befragen wird, wird das Ergebnis auch nicht gar so viel anders werden. Und ich hab zwar damit gerechnet, dass mehr Leute den Sonic 2 Spindash präferieren, weil der sich einfach etabliert hat, aber dass der Gap so groß ist, wow. Ja. Aber ja, ansonsten, was ist sonst diese Woche passiert? Die Mega Man Battle Network Legacy Collection ist angekündigt und ich bin überglücklich. Ja, das ist tatsächlich eine coole Ankündigung. Ich hab auch eine Chance für mich, die Spiele endlich mal nachzuholen, ich hab sie leider nie gespielt. Ach, du hättest auf der Wii U die Chance gehabt. Hätt ich auch, ja, bestimmt. Also, für die, die jetzt nicht wissen, was Mega Man Battle Network ist, es gab dazu auch ein Anime, der in Deutschland Mega Man Anti-Warrior hieß. Äh, lief, oh mein Gott, in den Mitte 2000ern vielleicht? Früher bis Mitte 2000er? Ich hab ganz verschworene Kindheitsehrinnerungen dran. In Deutschland kam aber nie alles raus, selbst in Amerika kam nicht alles raus, das fand ich sehr schade. Mhm. Ähm, aber ja, dazu gibt es auch eine Spielereihe, Mega Man Battle Networks, nennt sie sich, auf dem Game Boy Advance. Teilweise, also es gab ein Gamecube-Spiel auch davon. Und, äh, Teil 5, glaub ich, kam, also es ist quasi wie bei Pokémon, dass, äh, ab dem dritten kamen immer zwei Spiele raus. Und der fünfte Teil ist auf dem DS als Double Feature rausgekommen, was aber basically auch nur das GBA-Spiel ist. Und es gab noch ein Crossover, glaube Crossover, zwischen Starforce und Battle Network dann auf dem DS. Aber, so, das Kernspiel war auf dem Game Boy Advance. Und ich hab nicht damit gerechnet, aber es kommt eine Collection davon. Und ich find das geil, weil das ist eine sehr spannende Spielreihe. Ja, ich hab richtig viel Gutes davon gehört, Jupp. Und die Dialoge sind absolut köstlich. Oh. Ähm, so, da gibt's dann zum Beispiel, dass Mega Man fragt, äh, Lan, also, Lan ist der Haupt-, der menschliche Hauptprotagonist, äh, drückst, äh, trinkst du da Hydrogenperoxid? Und er sagt, es sagt H2O2, das heißt, es ist das Sequel von Wasser. Okay, wow. Und das, dieser, ich weiß nicht, es ist einfach fantastisch. Also, der Humor an diesen Spielen ist on point, wie wer ist. Mhm. Und halt auch richtig, richtig wundervoller Pixel-Art-Style. Ich mag das wirklich sehr. Ah ja, das Pixel-Artwork von den Spielen war immer schon wirklich gut anzusehen. Auch allgemein von den Mega Man-Teilen auf dem GBA, zum Beispiel die ganze Zero-Reihe. Wundervolles Sprite-Artwork. Aber ich bin jetzt halt leider jemand, der mit Classic Mega Man gar nicht so viel anfangen kann. Mhm. Äh, entsprechend hat mich auch X nicht wirklich gejuckt und Zero war ja auch mehr das klassische Mega Man-Gameplay. Mehr oder weniger, ja. Und ich weiß nicht, da war ich dann nie so richtig drin. Aber Battle-Network hat's mir halt richtig angetan. Und eigentlich auch der Nachfolger, die Nachfolge-Serie auf dem DS dann Starforce, weil das auf dem Gameplay aufgebaut hat. Und ich glaube, die Story in Anführungsstrichen fortsetzt. Nur irgendwie hunderte Jahre später oder sowas. Ja. Aber ja, bald kann ich Battle-Network nachholen und, also alles nachholen mal. Ich hab ja nur die ersten zwei Teile, glaub ich, durchgespielt. Und das freut mich sehr. Ja, sehr gut. Will ich vielleicht auch mal den Blick drauf formen. Bevor wir jetzt zu unserem News-Rückblick kommen, eine kleine Sache, die ich erwähnen möchte. Es gab einen Fall Guys-Leak. Wir wissen ja schon, es wurde für August ein neues Event angekündigt, bei dem man Tails freischalten kann. Und es gibt aber dazu auch einen Leak, über den werden wir nicht sprechen. Einfach, weil wir hier niemandem irgendwie die Überraschung versauen wollen. Ja, genau. Und sobald da eine offizielle Ankündigung kommt, werden wir natürlich auch darauf eingehen. Aber darüber, darum wird es heute nicht gehen. Ihr könnt ja einfach mal, wenn euch das jetzt gerade akut interessiert, nach Fall Guys-Leak googeln oder so. Fall Guys-Sonic-Leak, irgendwie sowas. Und dann, ja, werden wir darüber sprechen. Sobald es offiziell angekündigt ist, solltet ihr wahrscheinlich nicht mehr lang daran. Ja, dadurch, dass August ja nicht mehr so lange hin ist, einen Monat, denke ich, kriegen wir schon hin. Ja. So, ansonsten, da es bei mir gerade am frischesten drin ist, würde ich die News, die wir am Ende haben, jetzt einfach mal an den Anfang vorziehen. Oh, okay, hau rein. Denn heute ist Summer Games Done Quick vorbeigegangen. Was wir letzte Woche, glaube ich, nicht mal angesprochen haben, dass es überhaupt startet, weil wir es völlig vergessen haben. Wer hat am Video vergessen, es war einfach, wir haben halt letzte Woche die große Newsflut gehabt, weil wir eine Woche Pause davor gehabt haben. Und das ist irgendwie drunter gerutscht, ja. Ja, ich hatte aber auch tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht. Ich war dann irgendwann Richtung Abend so, Moment, wann startet das eigentlich? Oh, oh, was ist das? Es läuft schon, oh. Ja, letzten Sonntag, kürz nach unserem Podcast, sind dann die ersten Speedruns gestartet. Ja, heute ist es dann vorbeigegangen nach einer knappen Woche, nicht ganz einer Woche und eingespielt wurden für die Doctors Without Borders Charity 3.016.687 Dollar. Das ist ein sehr stolzer Betrag, aber nicht der höchste Betrag. Der war nämlich bei Awesome Games Done Quick, die Winterausgabe von Games Done Quick, mit knapp 3,4 Millionen. Trotzdem riesiger Betrag. Den großen Abschluss machte ein Elden Ring Run, wo ich glaube, es ging in Richtung alle Bosse, All Remembrances oder so hieß die Kategorie. Ich habe Elden Ring leider noch nicht gespielt. Also alle große Bosse, könnte man sagen, und da auf jeden Fall ist es eigentlich. Ja, ich habe Elden Ring leider noch nicht gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was das ist, aber ich habe ihn tatsächlich geschaut heute früh, so im Halbschlaf. Und am Ende fehlten noch 100.000 und dieser 100.000 haben sie gesagt, okay, wir geben euch jetzt noch ein paar Minuten, um die 100.000 voll zu machen, dann kommt noch ein Elden Ring Any Percent Run, weil die 3 Millionen Marke war so das Kriterium, dass ein Any Percent Elden Ring Speedrun noch kommt. Und ja, das wurde geschafft. Die letzten 10.000, das waren so, keine Ahnung, 20 Sekunden. Ja, das war echt interessant, den Count da irgendwie so noch extrem schnell nach oben laufen zu sehen. Also das war halt super spannend zu sehen, super Hype auch einfach. Und wie üblich gibt es bei Games Don't Quick natürlich auch immer einiges an Sonic Spielen. Natürlich. Dieses Mal gab es nicht nur den Sonic Blocks, sondern zusätzlich noch, ja, fast schon als Opener. Ich glaube, es war das zweite oder dritte Spiel am Sonntag. Ich glaube, es müsste sogar das zweite gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Job. Warte, ich kann mal schnell auf den Schedule gucken. Ja, es war das zweite Spiel, Sonic Generations Any Percent am 3DS. Und viele wissen das vielleicht gar nicht mehr, aber ja, es gibt eine 3DS-Version von Sonic Generations. Aber die spricht nur irgendwie niemand. Ja, mit alles originale Stages, Christian Dice. Also Christian Dice, Green Hill ist in beiden Versionen dabei. Naja, also originale Stages, sowohl Casino Night als auch Green Hill Zone, Akt 1, jeweils Akt 1, sind 1 zu 1 Kopien aus den Klassikern. Oh, Mushroom Hill auch, ja, tatsächlich. Stimmt. Mushroom Hill ist auch eine 1 zu 1 Kopie? Ja, die ersten 3, ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, es gibt ein paar Stages, die sind auf jeden Fall nicht in der großen Version bei. Eigentlich hieß es mal, ja, das ist halt, da sollen die Mobile Games ein bisschen Licht bekommen. Wer kennt es nicht, das Mobile Spiel Sonic 3, damit meinten sie wohl die Sonic Classics Collection am DS. Ja, genau, genau. Oder das Mobile Spiel Sonic Adventure 2 oder Sonic Heroes. Aber jetzt bin ich Water Palace aus Sonic Rush hat es reingeschafft. Ja, und Tropical Resort aus Sonic Colors DS. Ja. Nee, also irgendwie die Aussage, die sie damals irgendwann mal getroffen haben, die war ein bisschen Griff ins Klo, aber macht trotzdem Spaß. Wurde von Dimms entwickelt und das merkt man an vielen Punkten. Also es spielt sich sehr Sonic Rush ähnlich. Genau, ja. Aber ja, so, Sonic Generations wurde dann durchgespielt von Allegro in 17 Minuten und 39 Sekunden, nein, Quatsch, in 54 Minuten und 21 Sekunden. So, ich habe gerade die falsche Zahl gelesen. Dann noch ein anderes, unerwartetes Spiel, mit dem ich nicht gerechnet habe, Knuckles Chaotix. Ja, genau. Und ja, Knuckles Chaotix kam auf dem Sega oder Mega, ich bin mir gerade nicht sicher, 32X raus. Und ist wohl eines der merkwürdigsten Sonic-Spiele, die es so gibt da draußen. Ja, eindeutig. Würde ich definitiv bestätigen. Allein schon durch das ganze Gameplay, wo man irgendwie zwei Charaktere spielt, die mit einem Ring verbunden sind. Ja, das habe ich auch irgendwie nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ja, der Speedrun hat sehr faszinierend ausgesehen, aber ich habe auch nicht wirklich gecheckt, wie stark die Physik da jetzt manipuliert werden. Ich meine, das ist das erste Mal, wo Team Chaotix tatsächlich aufgetaucht ist. Genau, ja. Und Mighty und Ray, glaube ich, auch der erste Auftritt. Bin ich mir nicht sicher, ob Sega Sonic the Hedgehog nicht vorher war. Ich glaube, das war vorher. Also das Arcade-Spielchen damals. Auf jeden Fall sind Mighty und Ray drin. Also Mighty ist drin, Ray weiß ich gerade gar nicht. Nö, tatsächlich nur Mighty, stimmt. Okay. Und der Run wurde angefangen mit Knuckles und Mighty. Das war auch der Start vom Sonic-Block, wie er aber umgetauft wurde, der Knuckles-Block. Genau, ja. Und halt, ja, Knuckles und Mighty am Anfang. Später wollten die Spendenden es so, dass es auf Vector gewechselt wird und dann wurde noch mit Vector ein bisschen gespielt. Ich habe den Run leider noch nicht komplett gesehen, mir fehlt da noch eine gute halbe Stunde. Es kann sein, dass es da noch einen Charakter-Wechsel gab, aber das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, Knuckles und Vector waren bis zum Ende des Spiels. Ah, okay. Und ja, 58 Minuten 19 von Hypnotics. Ja, was für ein Sonic-Spiel auch eine ordentliche Zeit ist, dass es so lange dauert, tatsächlich. Ich glaube, auch der einzige Runner vom Sonic-Block, der Remote dort war. Oh, kann sein, ja. Und ja, danach so ein GDQ-Klassiker. Eigentlich ist bei fast jedem GDQ-Sonic-Adventure mit dabei mittlerweile. Nur halt mit einem anderen Charakter. Und dieses Mal E-102 Gamma gespielt wurde die PC-Version von 2004. Also quasi die erste Sonic-Adventure DX-Directors-Cut. Es gab ja dann den Re-Release Jahre später. Und ja, von KT4 abgeschlossen in 10 Minuten und 7. Und Gamma's Story ist wirklich toll. Und da gab es merkwürdige Dinge, die passiert sind. So, dass man Stages out of order macht und sowas. Aber sie alle trotzdem machen muss, weil ansonsten bestimmte Flags nicht gesetzt sind. Teilweise in den Time-Trial-Modus. Das war schon... Das klingt fasziniert, ja. Also, es war einfach ungewohnt. Aber ich fand's cool. Und zu guter Letzt hatten, ja, Fans von der GDW-Advance-Trilogie auch ihre Freude. Denn dann wurde mit Knuckles Sonic-Advance durchgespielt. Wow, das ist wirklich... Sorry, red weiter. 19 Minuten und 3 Sekunden. Und das war krass. Ja, ich muss grad sagen, es ist wirklich ein Knuckles-Block. Weil man hat mehr Knuckles wie Sonic. War Sonic in irgendeinem Spiel von den Reihen wirklich gefeatured? Ich glaube nicht. Sie hätten bei Sonic Adventure fast Sonic Story gestartet, versehentlich. Ah, okay. Wann jetzt? Aber ja, ansonsten Sonic Generations, was nicht im Sonic-Block war. Da gab es Sonic. Nee, aber der Sonic-Advance-Run war wirklich ziemlich cool. Ich hab da auch einiges über das Spiel gelernt, was ich noch nicht wusste. Ja, speziell der Egg-Rocket-Skip, der gezeigt worden ist, war sehr, sehr faszinierend. Also Egg-Rocket ist das vorletzte Level, für die, die es jetzt nicht wissen. Also eigentlich das letzte... Nee, doch, das vorletzte Level. Danach kommt ja noch eine andere Zone, deren Namen ich grad vergessen habe, vor der Final Zone. Oh, Cosmic Angel, ja. Ja, genau. Und in der vorletzten Zone entsprechend, die ist aufgeteilt in drei Segmente, weil von der Rakete halt immer ein Stück abfällt, während das halt so in den Himmel. Man hat dann immer fünf Minuten Zeit. Die ersten zwei Segmente von dem Level wurden halt einfach übersprungen. Genau, ja. Also das war krass. Ja, sehr cool. Und auch wie oft sie einfach vor der Stage geflogen sind. Ja, stimmt. Das war auch ein sehr interessanter Glitch. Ja, aber wie gesagt, schaut es euch gerne an. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Und durch das sehr gute Commentary erfährt man auch immer sehr, sehr viel über die Spiele und wie sie funktionieren. Genau, ja. Also man lernt wirklich schon beim Sehen, wie man diese Glitches eventuell selbst hinkriegen kann, mit natürlich sehr viel Übung. Und dann noch ein paar Empfehlungen für weitere Sega-Spiele. Also ich habe im Newsartikel zwei Stück noch verlinkt. Einmal Yakuza Like a Dragon, einfach weil das Spiel wundervoll ist und in vier Stunden, neun Minuten das Spiel durchspielen. Sportlich? Ja, es ist übrigens ein Speedrun, aber jup. Yakuza ist einfach so ein massives Spiel, dass sogar ein Speedrun irgendwie über vier Stunden dauert. Ja, der Final Fantasy VII Speedrun dauert doch irgendwie acht Stunden oder so. Ja, genau. Also heute Spiele, JRPGs vor allem, sind immer so ein bisschen sehr lange Spiele, selbst wenn man sie Speedrunnt. Und dann noch Nights into Dreams, ein sehr, sehr alter Klassiker mittlerweile von der Dreamcar, nee, vom Sega Saturn. Auch sehr empfehlenswert anzuschauen. Und ja, den Newsartikel haben wir euch natürlich verlinkt, in den Weblinks zum Nachlesen, sowohl auf YouTube als auch im Spindash Newsartikel. Ich habe sie jetzt alle nachgeholt. Oh, sehr cool. Bin ich, ja, also einmal einen Sammelbeitrag von Folge 131 bis 136 und dann 137 von letzter Woche nochmal einzeln. Und ich versuche, das jetzt up-to-date zu halten. Und ja, in diesem Sinne, GDQ war geil. Ja, sehr viele coole Runs dabei wieder. Und der Windwaker Run, der lief gestern Abend, also Samstagabend. Der war auch absolut sehenswert. Den habe ich leider verpasst, aber ja. Schau ihn dir nochmal im Nachhinein an. Sie haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, den, ähm, wie hieß denn der, der Schattentempel-Ding? Ich weiß, welchen wein ich ja. Ich glaube, das war der Erdtempel. Erdtempel, ja, ja. Ohne Melody oder Medley? Medley, glaube ich. Medley, ja. Im Englischen ist es Medley. Egal. Ohne einen zweiten Charakter, der eigentlich dafür mandatory ist, durchzuspielen. Und ohne den Spiegelschild vor allem. Oh, wow. Oh, wie schockt man das überhaupt, der Boss? Mit Lichtpfeilen. Ah, clever. Weil da, also er hat erklärt, dass da wohl ganz, ganz viele Zufälle zusammenspielen, weil die ganzen anderen Sachen in dem Tempel kann man nicht mit Lichtpfeilen machen, aber die Lichtpfeile kann man halt ein bisschen früher bekommen. Und sie haben auch das Spiel ohne Bumerang beispielsweise durchgespielt. Mhm. Und dieser Boss kann aber mit Lichtpfeilen gestunnt werden, sodass er sich dann halt zerteilt in die einzelnen Geister. Und ganz, ganz viele wilde Erklärungen in diesem Run. Der Runner Linkus, ich mag den sowieso sehr, sehr gern, Linkus 7. Also schaut euch das unbedingt an, wenn ihr irgendwie an Zelda The Wind Waker ein bisschen interessiert seid, das Spiel gern habt oder sowas. Weil der Run war wirklich, wirklich cool. Okay. Und das war auch ein All Dungeons 1. Damit aber jetzt genug von SGDQ. Mhm. Und ja, jetzt kommt die große Newswelle zu Sonic Frontiers, von der ich sagen muss, ich finde nicht alles scheiße. Könnte man, glaube ich, so unterstreichen, ja. Okay, ja. Wir fangen gleich mal mit der wahrscheinlich größten News an. Nämlich, wir haben neues Gameplay zu Sonic Frontiers bekommen, in Form einer Nintendo Direct Mini. Und zwar ist dieser Nintendo Direct Mini ausgestrahlt worden, das war der 28-Jährige, glaube ich, das war der Dienstag. Nee, der Donnerstag sogar schon. Wow. Oh, warte, bin im falschen Monat. Äh, nee. Das war Dienstag, ja. Okay, jetzt weiß ich, dass der 28. Juli ein Donnerstag ist. Schön. Du hast es eh in fünf Minuten wieder vergessen. Wahrscheinlich eh, ja. Aber ja, in der Nintendo Direct Mini am Dienstag sind eben so hauptsächlich Third-Party-Titel gezeigt worden, die jetzt in nah und ferner Zukunft auf der Nintendo Switch auftauchen werden. Und unter anderem war da natürlich auch Sonic Frontiers dabei. Dieses Spiel soll ja nach wie vor dieses Jahr erscheinen, auch wenn wir jetzt leider kein genaues Releasedatum bekommen haben. Und gezeigt worden sind im Grunde so ein kleiner Trailer, man könnte sagen Trailer oder Showcase, sowas in der Art, wo einfach nochmal das Open-Zone-Gameplay ein bisschen näher vorgestellt worden ist. Auch das Kampfsystem, wo man einfach so ein bisschen Gameplay dazu gesehen hat und von dem Sprecher wurde dann im Grunde erklärt, wie das Spiel so eigentlich funktionieren soll. Was allerdings faszinierend ist, am Ende gab es tatsächlich endlich einen ersten Einblick in diese Cyberspace-Level, die im Vorfeld jetzt nur per Previews erwähnt worden sind. Und zwar hat man gesehen, handelt es sich bei diesen Cyberspace-Leveln tatsächlich um reguläre Sonic-Stages, also man muss sich jetzt einfach ein typisches Boost-Sonic-Spiel vorstellen, Sonic Generations, Sonic Forces. Ich möchte mit der Aussage noch ein bisschen vorsichtig sein, bitte, weil wir haben noch nicht so viel gesehen. Vom Aufbau her, ja. Also eine typische lineare Sonic-Stage, potenziell linear. Ja, wie gesagt, wir haben leider nur jeweils ein paar Sekunden gesehen. Einmal von der Greenhill-Zone und einmal von so einer neu wirkenden urbanen Stage. Ich schätze mal, sie ist neu. Sie könnte allerhöchstens auf Metropolis aus Sonic Forces basieren, aber habe ich jetzt nicht wirklich viel gesehen, was darauf schließen lässt. Metropolis Speedway aus Sonic Freeriders war ein bisschen ähnlich. Also es wirkt wie so eine Mischung auch, wo mehrere Stadtzonen-Einflüsse drin sind. Also Speed Highway könnte halt auch mit Einfluss drin sein, genauso wie Empire City. Also es sieht aus wie was Neues, was sich aber an Altem orientiert, sagen wir es so. Ja, so ein bisschen ein Mischmasch, ja. Aber ja, also von dieser neuen Stage haben wir dann auch ein bisschen Gameplay gesehen. Wie gesagt, jeweils nur ein paar Sekunden, aber auf jeden Fall ziemlich cool, dass jetzt die Cyberspace-Level erstmals richtig vorgestellt worden sind. Naja, richtig. Wir haben, das ist so irgendwie sechs Sekunden gewesen, David. Ich weiß, ja, aber hey, alles etwas. Ich finde es einfach toll, dass irgendwie reguläre Sonic-Levels jetzt in Sonic Frontiers auch so vertreten sind. Und mal schauen, bin gespannt, welche alten Sonic-Zonen jetzt auch noch vorkommen werden. Ich hoffe, dass wir auch ein paar neue Zonen kriegen und nicht alles jetzt nur aus alten Sonic-Generation-Levels basiert. Das hoffe ich auch. Ja, leider sind schon irgendwie in Previews so erwähnt worden, dass ein paar alte Stages, eben die in Sonic Generations schon mit dabei waren, auch wieder in Sonic Frontiers mit vor der Partie sind. Bestätigt sind auf jeden Fall Green Hill Zone und Chemical Plant. Genau, und Sky Sanctuary glaube ich auch inzwischen. Ich weiß nicht, ob das bestätigt ist. War das nicht diese Pixelbrei-Aufnahmen, die wir beim Summer Game Fest gesehen haben? Genau, aber ich glaube, Sky Sanctuary ist in einem Preview auch mal erwähnt worden. Aber es könnte sein, dass ich mir jetzt auch Deutsche da irgendwas vermische. Aber ja, auf jeden Fall scheinen da sehr viele oder einige alte Sonic-Stages in diesen Cyber-Space-Leveln auch vertreten zu sein. Aber ich hoffe mal, wir kriegen auch ein paar neue Einblicke und dass ich jetzt die, keine Ahnung, dass es nicht so wie in Sonic Media ist, dass wir vier neue Stages und irgendwie zwölf alte Stages haben, so in der Art, sondern dass wir mit Frontiers auch einiges an neuen Stages bekommen werden. Mal schauen. Bevor du jetzt zu dem nächsten Ding noch kommst, was ja auch in dem Trailer zu sehen war. Ja? Noch einmal kurz der Hinweis, wir haben in dem Gameplay-Trailer in Anführungsstrichen tatsächlich die Switch-Version gesehen. Ja, stimmt. Das merkt man daran, dass die Texturen alle scheiße aussahen. Es tut mir leid. Ja, also man merkt schon, dass es ziemlich sicher die Switch-Version war. Aber es läuft sehr flüssig. Das hat mich überrascht. Also ja, ich kann das Visuelle ein bisschen opfern, solange jetzt die Sonic Frontiers auf der Switch auch relativ flüssig läuft. Da komme ich nicht klar. Wobei, ich selbst kann jetzt nicht groß reden. Ich hole mir eh die PlayStation-Version. Ja, ich werde mir wahrscheinlich jede Version holen. So wie immer. Was? Ja. Aber es hat flüssig ausgesehen, nur halt irgendwie. Die Umgebungsdetails waren jetzt nicht so stark vorhanden, wie man es jetzt von früherer Footage gesehen hat. Gefühlt flüssiger als das, was IGN uns gegeben hat. Ja, das schon allerdings. Ja, das stimmt tatsächlich. So, wie hat denn dieser Trailer geendet, David? Ja, dieser Trailer hat noch mit einem netten kleinen Einblick auf eine potenzielle Antagonistin geendet. Nämlich, man hat am Ende nochmal so eine CGI-Szene gesehen, wo Sonic irgendwie auf so einen riesigen mechanischen Koloss hinaufblickt. Und neben diesem Koloss ist ein neuer Charakter geschwebt, den man in diesem Trailer nur von der Entfernung gesehen hat. Aber Sega hat relativ bald dazu ein Artwork und eine Erklärung von diesem Charakter nachgereicht. Relativ bald noch der Nintendo Direct. Und bei diesem Charakter handelt es sich um Sage. Und wer Sage jetzt genau ist, weiß man noch nicht hundertprozentig. Fans wissen das schon. Ah ja? Ah, genau. Also, das wurde schon enthüllt. Das ist das Produkt der Liebe von Cosmo und Infinite. Also Cosmo aus Sonic X. Sie hat tatsächlich ein paar interessante Infinite-Vibes. Würde ich jetzt auch so unterstreichen, dass sie sich so ein bisschen leicht an Infinite erinnert. Ja, das ist aber wegen dieses roten Glitch-Effekts. Wahrscheinlich, ja. Und einfach die rot-weiß-schwarz-Kombie von ihr. Wahrscheinlich das auch so ein bisschen. Ja, irgendwie muss der Charakter ja auch böse aussehen. Womit macht man das am besten richtig? Man färbt ihn rot-weiß-schwarz. Ich meine, guckt ihr Shadow an. Ja. Stimmt allerdings, ja. Aber ja, also, was es jetzt mit Sage genau auf sich hat, wissen wir noch nicht. Also, die Beschreibung von ihr beschreibt sie im Grunde als mysteriöses Mädchen, die ständig auf den Starfall Islands im Grunde auftaucht. Und im Rahmen der Story hält sie Sonic die ganze Zeit an, die Starfall Islands zu verlassen. Obwohl Sonic eigentlich nach wie vor seine Freunde finden und retten muss. Also Sage scheint mit Sonic irgendwie ein Problem zu haben und will ihn vertreiben. Daraus kann man jetzt noch nicht hundertprozentig schließen, dass Sage böse ist. Aber keine Ahnung, das Design wirkt so ein bisschen relativ offensichtlich Bad-Guy-Charakter. Aber vielleicht kann ich mich täuschen. Und vielleicht ist tatsächlich Eggman irgendwie der große Ömer-Beserwicht. Ich glaube einfach, das ist halt die AI, die Eggman gefunden hat, die dann durchgedreht ist. So wie wir es irgendwann am Anfang mal erfahren haben. Genau, also Sage scheint ja tatsächlich laut dieser früheren Beschreibung, die inzwischen aber entfernt worden ist, eine Eggman-Kreation zu sein in irgendeiner Hinsicht. Also wird man auch sehen, ob diese alte Beschreibung jetzt tatsächlich akkurat ist, weil Sega hat diese Beschreibung auch damals entfernen lassen, kurz nachdem sie rausgekommen ist zum Reveal des Spiels. Und wie gesagt, was sie jetzt mit Sage auf sich hat, ob sie irgendwelche Verbindungen zu Eggman oder zu Infinite hat, werden wir hoffentlich im Laufe der nächsten Monate erfahren, spätestens wenn das Spiel dann im Winter 2022 erscheinen sei. Ja. Aber ja. Um uns ein bisschen dahin aufzuhalten, da gibt es direkt noch mehr News. Und allen voran ist Sonic Frontiers auf dem Cover der aktuellen Game Informer. Und es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Gezeichnet von... Oh Gott, von wem? Das steht jetzt hier nicht dabei. Ich hab's vergessen. War es Even Stanley? Ich bin mir nicht sicher. Ja, Even Stanley ist es gewesen, tatsächlich. Da warst du jetzt gerade abgehakt. Ich nehme aber an, du hast Even Stanley gesagt. Oh, echt? War ich? Aber ja, es sollte Even Stanley gewesen sein. Ja, ich glaub, das hat sich bestätigt. Sehr gut. Und ja, das ist eine Anlehnung an das allererste Cover der Game Informer von 1994, wo auch Sonic drauf war. Was ich halt sehr cool finde. Sehr cool, ja, wow. Und ja, wir haben jetzt in der Ausgabe natürlich auch einiges an Informationen bekommen. Und ohne, dass ich jetzt weiter über das Cover rede, weil das Cover ist halt einfach so, wir sehen Kronos Island im Hintergrund. Ich nehme an, es ist Kronos Island und Sonic mit diesem leichten Glitch-Effekt im Hintergrund. Und er fliegt halt durch die Gegend sozusagen. Es gibt noch ein Konzept-Artwork, was du uns kurz vorstellen wirst. Ja genau, in dieser Game Informer-Ausgabe war tatsächlich auch ein kleines, nettes Concept-Artwork gefeatured von dem Spiel selbst. Und da sieht man, wie Sonic im Grunde durch die Gegend von Kronos Island rumrennt. Und im Hintergrund sieht man auch den Turm, den wir bereits aus dem Gameplay kennen, den Sonic bereits nach oben geklettert ist. Ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Artwork. Gefällt mir gut. Und wie so oft sind solche Artworks irgendwie immer viel magischer und viel hübscher aus wie die tatsächlichen Gegend dann im Spiel selbst. Aber scheint auf jeden Fall trotzdem gut getroffen zu sein. Und was mir gerade durch die Kommentare auffällt, Sage ist links oben auf dem Berg. Oh, lass sehen. Oh, clever. Das finde ich ein nettes Detail, muss ich sagen. Yeah. Also ich habe gerade kurz durch die Kommentare gescrollt und da meinte das einer und ich gucke da so hin und war so, ha, okay, interessant. Das ist wahrscheinlich auch ein Tease eben auf das Detail von Sage, dass sie Sonic halt die ganze Zeit irgendwie so zu verfolgen scheint oder zu beobachten scheint. Eben weil sie ständig will, dass Sonic abhaut von den Starfall Islands. Five Nights at Sages? Ja, so in etwa vielleicht. Aber bitte keine Jumpscares, die vertrage ich gar nicht. Ach nein, warte, mehr Richtung Slender. Da gab es ja auch den Spruch, always watching, no eyes. Oh Gott, yeah. Aber ja, das war das Concept Artwork und es ist hübsch. Und wir haben aber trotzdem noch weitere Informationen bekommen. Und die hat Tales Channel etwas zusammengefasst. Man kann mit Big the Cat hüschen. Und ja, Big the Cat ist confirmed für das Spiel. Und man kann mit Big angeln. Das bin ich wundervoll. Und damit bekommt man Tokens, womit man ein paar Items kaufen kann, wie zum Beispiel Amy's Herz Collectibles oder Portal Gear Fragmente oder ja, so Voice Diaries scheint es zu geben und Vault Keys, also so Truhenschlüssel. Voice Diaries sind halt einfach so wahrscheinlich irgendwelche Recordings, die halt von Sage stammen oder vielleicht auch nicht von Sage. Man weiß es nicht, wäre jetzt nur mal so eine Vermutung von mir. Ja, als anderen Open-World-Spielen kommt mir so ein bisschen bekannt vor, dass man einfach so ein bisschen zusätzliches World-Building erhält und einfach Recordings findet, die irgendwas über die Welt erzählen oder irgendwas darüber, wie Charaktere diese Welt jetzt erforschen und so was. Das heißt, man sammelt sie eigentlich nur ein und hört sie sich nie an? Vielleicht, keine Ahnung. Ich würde sie mir auch lernen. Ich mag so ein bisschen Sachen. Ja, dann wird auch noch geschrieben, dass die Cyberspace-Level, wie wir halt vorhin schon gesagt haben, Green Hill Zone und Chemical Plant inspirierte Stages haben. Die sind scheinbar gelabelt mit 1-1, 1-2 etc. Sprich, wir werden wahrscheinlich mehrere Stages zu bestimmten Zonen haben. Was ich schon mal cool finde. Ja, ist recht nett. Ja, man kann Teile von Collectibles und Samen scheinbar eintauschen bei Kokos, eine mysteriöse Kreatur, die Sonic einfach dabei hilft, dass man ein bisschen stärker wird, den Ring-Counter erhöht oder mehr Schnelligkeit bekommt. Also das wird, denke ich, so was wie der Skill-Tree sein, dieser Charakter. Es gibt ein paar freischaltbare Fähigkeiten, wie zum Beispiel Sonic Boom. Wer wünscht sich nicht Sonic Boom zurück? Jetzt könnt ihr es haben. Oh nein, mit Sonic Boom ist wahrscheinlich einfach der Überschallknall gemein. Oder Sonic Boom Rise of Lyric ist einfach ein unlockable Feature in dem Spiel, dass man das Spiel endlich auf anderen Konsolen als auf der Wii U spielen kann. Wow, das wäre interessant und cool und wird garantiert nicht passieren. Zuerst gehört auf spin-dash.de im Goddard-Podcast. Sonic Boom Rise of Lyric ist spielbar in Sonic Frontiers. Warum auch nicht? Ich meine in Yakuza Like a Dragon, ach nein, das war nicht in Yakuza Like a Dragon, das war in Lost Judgment, was auch zur Yakuza-Reihe gehört. Da konnte man Sonic the Fighters im Spiel spielen. Stimmt. Das ist die Zukunft. Mhm. Ähm, nein, also Sonic Boom ist ein, äh, ja, so ein Projektil-Shooter, ich glaube, wir haben ihn auch schon gesehen, wo Sonic dann so in der Luft hängt und die ganzen Klingen quasi, also die Luftklingen schießt. Also wahrscheinlich sowas wie der Angriff Sonic Boom aus Pokémon. Okay, ja. Äh, dann Wild Crash. Das ist ein Zick-Zack-Angriff sozusagen, um Attacken auszuweichen von Gegnern. Kann ich mir jetzt nicht viel darunter vorstellen, aber haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, das wirkt wie der, keine Ahnung, wie dieser Angriff, der in der Footage relativ langsam ausgesehen hat, wo Sonic einfach vom Gegner wegzischt und die Kamera erst viel später folgt und der dann wieder so einen Zick-Zack-Angriff auf den Gegner hinmacht. Wahrscheinlich ist das sowas in der Art. Äh, und dann noch den Axel Rush, der einfach die Stärke erhöht, wenn der Kombometer auf Maximum steht. Mhm, okay. Die nächste Info gefällt mir persönlich gar nicht, weil ich im Prinzip alles hasse, was damit zu tun hat, äh, einen von den zwei Sticks reinzudrücken, weil ich das furchtbar unhandlich finde. Ja. Und der Lightspeed-Dash wird so funktionieren, indem man den Analog-Stick, äh, sprich, das ist der rechte Stick, wenn man den reindrückt, dann kommt der Lightspeed-Dash. Mhm. Davon bin ich kein Fan. Ehrlich nicht. Ich, keine Ahnung, was so kompliziert ist weiterhin, einfach Button-Prom zu machen. Aber ich denke, man wird die Steuerung relativ frei umstellen können. Hatten wir da nicht mal eine Info zu? Ich glaube, ja. Ich meine, in Sonic Colors Ultimate war das ja sehr stark der Fall. Also hoffe ich mal, dass wir Sonic Frontiers auch so ein bisschen machen, dass diese Optionen im Spiel enthalten bleiben, für jene, die sich die Steuerung gern so ein bisschen umstellen würden. Mhm. Und ja, es gibt dann ein Heads-Up-Display, was wahrscheinlich das, ja, einfach, ja, der Hut sein wird. Ähm, da gibt es einen permanenten Wegpunkt. Richtig, richtig toll. Sowas liebe ich in Spielen. Äh, und ein direktionales Navigationssystem. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Aber wahrscheinlich einfach so ein Pfeil, das Sonic über dem Kopf schwebt oder sowas. Ja. Und das halt zusätzlich zur sowieso vorhandenen Spielmap. Mhm. Ach ja, so permanente Wegpunkte. Ich weiß nicht. Ja. Die Karte wird wieder voll sein von diesen Zeugs. Ja. Ein typisches Open-World-Problem halt. Oh ja. Ja. Hört euch dazu gerne Folge 130 an. Ja. Ähm, Iron Flynn hat ein paar Referenzen zu anderen Spielen, äh, eingebaut. So sagt Sonic zum Beispiel, Kronos Island would be a great place for a Chao Garden. Also, Kronos, die Kronos-Insel wäre ein großartiger Platz für einen Chao Garden. Ja. Und... Es ist Ian Flynn, also kann man von ihm zahlreiche Sonic-Comp-Spieler mehr erwarten. Er liebt sowas schon, in IDW-Comics zu machen. Also, gehe ich stark davon aus, dass es jetzt in Fallout auch der Fall sein wird. Und Sonic Team hat wohl sehr viel experimentiert und iteriert und hat jetzt die perfekte Open-Zone gefunden, äh, sodass die Map nicht klein, sich, sich klein anfühlt, auch wenn Sonic halt sehr, sehr schnell ist. Ja. Und, ja, die Welt soll sich natürlich auch nicht leer anfühlen und fühlt sich ja auch nicht, äh, leer an, weil es ausbalancierte, äh, Enemy Encounters gibt und die Collectibles und Puzzles und, ja, man kann sehr viel entdecken und, ja, es klingt halt einfach nach Open-World-Scheiß. Ich hab da keine Lust drauf, aber ich lasse mich überraschen. Ich will nicht mehr so negativ zu dem Spiel sein. Mhm. Gucken wir's einfach mal an. Ja. Je mehr solche kleinen Tidbits und Informationen zum Spiel rauskommen, desto mehr freu ich mich auch schon wieder ein bisschen mehr drauf. Der erste Eindruck war echt mies, aber so nach und nach hab ich so ein bisschen Hoffnung auf das Spiel. Also da muss bei mir halt noch einiges an Arbeit geleistet werden, dass ich da wieder Vertrauen reinlege, gerade jetzt nach dem, ja, nach Sonic Origins. Ja. Weil leider, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, es bestärkt sich der Eindruck, dass alles, was Sonic Team anfasst, irgendwie in die Brüche geht. Weil Sonic Team, wer ist das überhaupt noch? Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig und misstrauisch. Ja. Ich auch noch viel vor. Also mein Optimismus ist von sehr vorsichtiger Art. Und ja, Sonic Team hat auch viel vom Feedback von vorherigen Spielen genommen, dass es halt zu kurz war, was wir ja gerade bei Sonic Forces sehr, sehr stark sehen konnten. Also da gab's ja, oh Gott, das war ja ein richtiger Aufschrei. Dass Leute sich das Spiel dann gekauft haben auf Steam, eine Stunde durchgespielt haben und dann haben sie es wieder zurückgegeben. Und es wird gesagt, dass das dieses Mal kein Problem sein wird. Ja. Das haben wir schon im Vorfeld so ein bisschen gehört durch ein Interview mit dem Director, der ja auch gesagt hat, das Spiel soll für ein regulärs Durchspielen 20 bis 30 Stunden lang sein. Ja. Ja. Aber Sonic Colors sollte auch mal 20 Stunden lang sein. Also das kann man sicher auch sagen von Seiten des Entwicklers kann man immer mit einer gewissen Prise Salz genießen, weil Entwickler will diese Zeiten natürlich hochpushen, damit es so wirkt, als würde man mehr Spielzeit für sein Geld bekommen. Aber es ist nicht immer 100% akkurat. Ja, und es gibt noch ein paar Infos jetzt über die Cutscenes. Die würde ich an der Stelle aber eigentlich gerne auslassen, einfach um niemanden potenziell zu spoilern an der Stelle. Ja. Weil da sind schon ein paar größere Informationen auch drinnen über den Spielbeginn. Ja, also der gesamte Spielbeginn wird da irgendwie beschrieben, könnte man sagen eigentlich. Und deswegen schaut euch gerne den Thread an auf Twitter, den wir verlinkt haben. Da hat Tales Channel die Informationen zusammengefasst. Da könnt ihr auch die Story-Sachen nachlesen für die Cutscenes. Aber um hier niemanden zu spoilern, würden wir an der Stelle eben nicht tiefer drauf eingehen. Ich hoffe mal, das ist für euch alle okay. Ehrlicherweise würde ich das auch selbst nicht lesen. Ja, es sind wieder zwei Seiten Text, also. Nein, es geht nicht um zwei Seiten Text, es geht darum, ich will mich ja selbst nicht spoilern. Oh, okay, du hast es ja gerade noch gar nicht durchgelesen. Nein, ich habe jetzt nur zwei Stichpunkte gelesen und war dann so, das spoilert schon ziemlich, würde ich sagen. Lass uns das mal lieber verschieben. Der Anfang des Spiels wird sehr detailliert beschrieben. Wer da irgendwie keine Überraschung werden sehen möchte, der sollte das vielleicht nicht durchlesen. So, weiter geht es mit Sonic Frontiers und dieses Mal von IGN. Ja, genau, und zwar im Rahmen der IGN First Initiative haben wir jetzt im Laufe des Juni immer wieder mal so neue Einblicke zu Sonic Frontiers erhalten, Interviews mit den verschiedenen Machern, zum Beispiel mit dem Director oder mit dem Writer. und als finales, im Grunde als finales Video zu dieser IGN First Initiative haben wir jetzt tatsächlich etwas Interaktiveres bekommen, nämlich ein Q&A. Und zwar sind im Rahmen dieses Q&As einfach so ein paar Fragen beantwortet worden rund um Sonic Frontiers, die Fans sich einfach gestellt haben und teilweise recht interessante Sachen dabei. Ich habe mir jetzt noch nicht das ganze Video angeschaut, leider. Ich habe nur so ein bisschen durchgeskippt und immer wieder mal reingehört. Ist aber jetzt nicht so extrem lang. Das Video ist gute elf Minuten lang und es werden jetzt mehrere Fragen beantwortet, unter anderem unterlegt mit Footage, die wir bereits eh schon kennen. Aber ja, was mir jetzt so ein bisschen hervorgestochen ist aus diesem Q&A ist jetzt die Tatsache, dass Sonic Frontiers scheinbar einen Dropdash hat in irgendeiner Form. Das ist bestätigt worden und dieser Dropdash soll jetzt nicht nur in potenziellen 2D-Arealen, sondern tatsächlich auch in 3D in der Open Zone funktionieren. Und darauf bin ich für meinen Teil schon mal sehr gespannt. Es ist nicht so stark darauf eingegangen worden, also wir sehen den Dropdash natürlich dichter in Aktion und es ist auch nicht sehr detailliert darauf eingegangen worden, aber scheinbar ist dieses Feature aus Sonic Media scheint in Frontiers auch in irgendeiner Form dabei. Ja, weil das Sonic Team hat das ja eigentlich in Sonic 1 und 2 sehr, sehr gut übernommen bekommen mit dem Dropdash. Das funktioniert einwandfrei. Das ist ein Karten, das ist ein Karten, ich bin vollster Überzeugung, dass sie ihn einfach perfekt auch in 3D dann umgesetzt haben. Ja, vor allem bin ich gespannt, wie sie das machen, obwohl eigentlich hier hat es ein Momentum nicht wirklich im Vordergrund zu stehen scheint bei Sonic Frontiers. Ich frage mich auch, wozu man ihn braucht, wenn man den Boost hat. Ja, das ist nach dem bei. Aber ich schätze mal, der Boost ist nicht ständig aufgeladen. Und mit dem Dropdash kommt man vielleicht doch ein bisschen schneller in die Gänge jetzt, anstatt dass man jetzt warten muss, bis sich der Boost-Meter wieder auffüllt. Na, mal gucken. Keine Ahnung, ja. Und was ebenfalls in diesem Q&A so rausgekommen ist, scheinbar, wenn man mit Sonic jetzt eine gewisse Anzahl Ringe sammelt, ich glaube 400 sind erwähnt worden, wenn man mit Sonic 400 Ringe gesammelt hat, dann bekommt Sonic so eine Art blaue Aura und so eine Art Superboost. Also wirklich, keine Ahnung, man kann sich das wahrscheinlich vorstellen, als würde man irgendeinen Unbesiegbarkeitsmonitor in den klassischen Teilen finden, wo Sonic einfach extrem schnell und extrem unbesiegbar durch die Gegend zischt. Ich glaube, so in etwa ist das beschrieben worden. Also finde ich toll, dass die Ringe da auch tatsächlich einen gewissen anderen Nutzen haben, als jetzt einfach nur Sonic vor seinem Ableben zu schützen, sondern dass man die Ringe auch wirklich sammeln und behalten sollte, um am Ende diesen coolen Boost zu erhalten. Scheint auf jeden Fall ein ziemlich nettes Feature zu sein und bin ich auch sehr gespannt, das dann mal in Aktion zu sehen, wie das dann eigentlich im Open-Song-Game dann aussieht, wenn Sonic einfach extrem schnell durch die Gegend rast. Also es wird halt so aussehen wie in Sonic Unleashed, schätze ich. Keine Ahnung, es ist schon beschrieben worden, dass dieser Boost so ein bisschen anders ist als der gewohnte Boost jetzt, den man einfach jederzeit starten kann. Aber wie gesagt, wie genau im Detail, es gibt leider kein Gameplay, wir müssen uns auf die Worte von diesem Video jetzt verlassen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Es sind auch ein paar Cyberspace-Fragen, die jetzt im Grunde angesprochen worden sind, zum Beispiel ist dadurch jetzt auch rausgekommen, dass Chemical Plant mit dabei ist. Nein, das kam in der Game Informer. Echt? Aber ich glaube, in diesem Q&A ist es auch erwähnt worden. Aber es kam auch in der Game Informer. Ja, also vielleicht in beiden, aber... Ich habe es sogar irgendwie vor zehn Minuten erst erwähnt, David. Ja, aber okay. Du warst in der Game Informer und in dem Q&A noch dabei, weil ich bin mir zu viel, wie gesagt, Chemical Plant ist auch erwähnt worden. Ja, kann ich nicht sagen, ich habe es nicht geguckt. Also wenn man so ein bisschen weitere kleine Infos zu Sonic Frontiers erfahren möchte, nichts Gravierendes jetzt, nichts Großartiges. Ich glaube, die Story selbst wird auch gar nicht wirklich angesprochen. Aber man kann sich das Video auf jeden Fall mal anschauen und kurz mal reinschauen. Sind einfach so kleine, interessante Häppchen, von denen ich gespannt bin, wie sie dann letztendlich umgesetzt werden im tatsächlichen Spiel. Ja, und während wir darauf warten, haben wir noch ein Key Artwork bekommen zum Spiel, von dem ich rechne, dass wir das auch als Box Artwork sehen werden. Ja, das würde sie machen. Wir sehen im Prinzip Sonic aus Sonic and the Black Knight, wie er durch Hyrule rennt. Das beschreibt dieses Bild, glaube ich, sehr, sehr gut. Vor allem, weil es tatsächlich auch ein relativ ähnliches Artwork ist, wie damals bei den Storybook Titeln auf der Wii. Ja, die Pose ist, glaube ich, sogar, weiß ich nicht, nimm die linke Hand nach vorne, die rechte nach hinten, in der rechten hält da Excalibur, äh, nein, Caliburn, Entschuldigung, ähm, dann ist das das Black Knight Artwork. Ja, das ist sehr ähnlich. Und ich schätze mal, das war auch eine gewollte Anspielung. Ich muss jetzt mal danach gucken. Ja, es ist tatsächlich eins zu eins, nur mit anderem Arm. Wow. Ja, aber hey, cool, dass die Storybook-Spiele auch irgendwie wieder repräsentiert werden. Hörte, damit du das auch vor Augen hast, äh, schicke ich dir das nochmal. Ja. Ja, mich, also mich erinnert das eher tatsächlich an das Secret Rings Artwork. Muss ich mal schauen, ob ich das auf die schnelle Fremde... Ah ja, gut, im Hintergrund, wir sehen halt Kronos Island, wir sehen... Im Prinzip ist es ein ähnlicher Shot wie auf dem ersten Artwork, was wir bekommen haben, beziehungsweise dem, dem Screenshot aus dem ersten Trailer am Ende, auf den alle abgegangen sind. Äh, nur aus einer leicht anderen Perspektive und halt am Abend mit Wolken am Himmel. Es sieht ganz schick aus, aber es hat halt krasse Breath of the Wild Vibes. Natürlich, ja. Also vom Breath of the Wild Artwork tatsächlich. Ja. Und ja, ich, äh, ich sehe gerade in den Kommentaren auch das Secret Rings Artwork, was du meinst. Ah, okay. Was übrigens eins, zwei, eins dasselbe ist wie bei Black Light. Ja, ganz ehrlich, ja. Ich glaube, da haben sie einen relativ kleinen Raum gut geschraubt für die beiden Spiele. Aber ja. Ja, ich weiß nicht, ich finde das Artwork hübsch, aber es ist nicht einfach, das zu sehen ohne Breath of the Wild. Ja, also... Das ist echt schwer, weil selbst dieses ganze Licht auf diesem Bild und wie wie es dargestellt ist. Das schreit halt Breath of the Wild Cover Artwork. Ja, also würde man Sonic aus dieser Szene jetzt raus photoshoppen und würde man irgendwie Link reinstellen als Breath of the Wild, man würde keinen großen Unterschied merken. Ich meine, äh, ich schicke dir jetzt mal das Cover Artwork und du sagst mir bitte, wo der riesige Unterschied ist. Ja, nicht wirklich. Es ist schon ein extrem ähnlicher Vibe, aber das hat man ohnehin schon mit dem ganzen Projekt, dass irgendwie Sonic Frontiers einfach eine sehr extrem stark Breath of the Wild Vibe hat. Aber unsere Lieblingsmöwe ist auch auf dem Artwork drauf. Genau, ja, stimmt. Unsere T-Pose-Möwe. Also, für mich ist das einfach ein Placeholder für Hatsune the Pigeon. Ja, genau, endlich. Ist ein großer Tag gekommen. Ja, und falls ihr jetzt nicht wisst, welches Breath of the Wild Artwork ich meine, googelt einfach mal nach dem nordamerikanischen beziehungsweise japanischen, ähm, Cover Artwork von Breath of the Wild. Das ist angelehnt als an das Artwork vom allerersten Zelda. Äh, also es ist nicht das schöne blau-grüne Artwork, was wir hier haben, sondern es ist ein anderes schönes Artwork, äh, was halt in anderen, ja, Regionen veröffentlicht wurde und ich weiß nicht, ich hab super harte Vibes davon, wenn ich das Sonic Frontiers Artwork sehe. Ja, gleichfalls. Gibt mir auch so. Und ja, Sonic lächelt auf dem Artwork nicht, das möchte man feststellen erst mal. Ja, genau. Um wie viel wollen wir wetten, dass wenn das wirklich das Cover Artwork wird, er auf dem japanischen lächelt? Ja, das kann gut sein. Kann ich mir gut vorstellen, dass es editiert wird. Gerade springen ja sehr, sehr viele Newsseiten darauf auf, wie die japanischen Sonic Movie Artworks aussehen, weil da kommt der Film bald raus. Zumindest habe ich beim Zusammensammeln der News heute irgendwie von, äh, von GoNintendo, die hatten, glaube ich, eine News dazu, noch irgendeine Nintendo-Seite und Polygon, die alle Artikel dazu geschrieben haben, dass Tails halt, äh, super lächelt einfach auf dem Englisch, äh, auf dem japanischen Artwork. Und ich dachte mir so, ja, das wissen wir seit vier Monaten. Mhm, jep. Darüber haben wir uns damals schon lustig gemacht. Ich glaube sogar, ihr habt euch damals schon drüber lustig gemacht. Mhm. Aber ja. Mal schauen, ja, ob das Artwork in irgendeiner Form für internationale Releases editiert wird. Was auf jeden Fall nicht für einen internationalen Release editiert wurde, ist, oder sind, die News, die nicht Sonic Frontiers betreffen. Mhm. Und da beginnen wir mit einem Update zum Sonic Speed Simulator. Genau. Also, Sonic Frontiers Block ist abgeschlossen, noch über eine halbe Stunde. Wow. Yay. Und ja, jetzt geht's Richtung Sonic Speed Simulator. Und da gibt's natürlich wieder das übliche, wöchentliche Update. Und in diesem aktuellen Update steht der 4. Juli ziemlich stark im Vordergrund. Bisschen Kontext dazu, der 4. Juli ist ein sehr großer, amerikanischer Feiertag, der unter anderem auch mit Feuerwerk in Verbindung gebracht wird. Also in Amerika gibt's da jedes Mal richtig große Feuerwerksshows. Und darauf spielt jetzt auch der Sonic Speed Simulator an. Für Roblox. Hast du jetzt gerade erwähnt, dass das so der wichtigste Feiertag in Amerika ist? Einer der wichtigsten. Vielleicht nicht der wichtigste. Es ist der Unabhängigkeitstag. Das ist der amerikanische Feiertag, David. Ja, okay. Das ist natürlich vielleicht der wichtigste. Ja. Aber ja. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Ding dort und verständlicherweise. Ja, natürlich. Und ja, natürlich baut der Sonic Speed Simulator auch irgendwie auf diesem V-Live-Event auf. Und in der Green Hill Zone fliegen die Feuerwerke. Und zwar eine, also wahrscheinlich wieder eine Woche lang. Es gibt das Fireworks Festival Event. Und man kann im Grunde Crates zerbrechen in der Green Hill Zone und dann im Grunde daraus selbst Feuerwerke durch die Gegend schießen. und dann gibt es noch weitere neue Charakter-Skins, nämlich Adventure Knuckles und Summer Amy. Summer Amy haben wir schon mal in einem früheren Podcast so ein bisschen vorgestellt. Das ist auch im Rahmen eines Events gezeigt worden. Und mit dabei sind ebenfalls zwei neue exklusive Chao, nämlich der Strawberry Scoop Chao und der Neon Red Chao. Also ja, der Sonic Speed Simulator wird noch... Der erste klingt nach was zum Essen. Yes, Strawberry Scoop ist glaube ich Eiscreme. Also Scoop ist im Grunde so eine Kugel Eiscreme, wenn ich das jetzt in Verbindung setze. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, dass man Chaos essen könnte. Oh nein. Zu Halloween hatten wir die Chao-Suppe. Ich weiß nicht, welches Halloween das war. Ich glaube vor zwei Jahren. Ja. Also ich glaube Sega möchte uns etwas sagen. Obwohl der Sonic Speed Simulator ist ja jetzt nicht direkt Sega, aber die werden das schon abgesegnet haben. Ja. Naja. Aber ja. Also wie gesagt, ein weiteres neues Update für den Speed Simulator. Und er wird nach wie vor sehr fleißig mit Updates versorgt. Also wer jetzt auch im Nachhinein einsteigen möchte in Roblox und diesen Sonic Speed Simulator mal ausprobieren möchte, hat nach wie vor eine gute Gelegenheit dafür und bekommt auch regelmäßig neue Sachen, die man ausprobieren kann. Und ja. Es wird leider noch wie vor nicht gespielt. Also ich kann da nicht zu viel über diese ganzen Events erzählen. Ebenfalls. David, ich habe dir gerade auch noch einen wunderschönen Tweet geschickt mit dem neuen Namen von Sonic Frontiers. Sonic and the Giant Fucking Robot. Oh wow, yeah. Endlich. Wir haben endlich den dritten Teil der Storybook-Reihe. Ich habe es voll am besten geworden. Endlich. Ja. Ja, womit machen wir weiter? Mit Sonic Origins. Sonic Origins kam am 23. Juni raus. Ihr könnt es euch kaufen für 40 beziehungsweise 45 Euro für die Deluxe Edition. Wir konnten jetzt nicht so die Empfehlung aussprechen für den Preis. Noch nicht, bevor es nicht gepatcht wird. Aber es gibt ein neues Sonic Speed Strats Video und dieses Mal komplett im Fokus Sonic CD. Ein sehr charmantes Video, wo es ein bisschen um die Story von Sonic CD geht, um den Zeitreise-Aspekt von Sonic CD. Wer ist Amy? Wer ist Metal Sonic? Und ja, im Prinzip ein sehr, sehr cooles Video mal wieder. Circa fünf Minuten, na sechs Minuten lang. Auch wieder von Strategy Guide in Zusammenarbeit mit unter anderem Sam Procrastination Station oder auch Madiculous, der Sonic spricht in dem Video gemacht. Und schaut es euch gerne an. Und hier wird auch nochmal bestätigt, Sonic CD spielt nach Sonic 2. Auf dieses, das ist halt lange irgendwie halt, okay, Sonic CD spielt nach Sonic 2. Ähm, darauf wird eingegangen in dem Video und gesagt, nope, das wird vor Sonic 2 eingeschoben. Ja, genau. Das macht auch mehr Sinn als helllich, würde ich persönlich sagen. Ja, das sieht man ja schon an Sonics Model eigentlich. Mhm. Und ich persönlich halte Sonic CD nach wie vor als einen der unterschätztesten Sonic-Titel. Mhm. Weil der hat nicht so viele Fans, aber wenn man sich die Zeit nimmt und mal guckt, was dieses Spiel alles tut, ich glaube, es kann sein, dass man das dann vielleicht ein bisschen anders sieht. Ja, ein bisschen zu schätzen kann. Ich würde mir einfach, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute Sonic CD etwas wertschätzen können, was mit Sonic Origins, wie ich letzte Woche ja in der Diskussion schon gesagt habe, glaube ich nicht wirklich passiert. Mhm. Naja, ich mag Sonic CD. Ich auch, ja. Allein schon für den Soundtrack. Bist der Classic Soundtrack nach wie vor, mit Abstand. Äh, nein. Also da würde ich nicht zustimmen. Ich liebe den Soundtrack, den japanischen zumindest, aber Sonic 3 & Knuckles hat bei mir die Nase vorn. Ah ja, ist relativ, kann ich gut verstehen. Aber die Sonic CD, der ganze Vibe von dem Spiel, von dem japanischen Soundtrack ist einfach wundervoll und ich liebe ihn. Einer der Sonic Soundtracks für mich. Ich finde halt, der Soundtrack von Sonic 3 & Knuckles ist mehr bang, voll in die Fresse. Während Sonic CD immer so seine wirklich langsamen Sachen zwischendrin hat, wie zum Beispiel Tidal Tempest. Äh, Tidal Tempest. Ich schätze, ja. Zwischendurch hin und wieder, aber wenn Sonic 3 irgendwie laut wird und reingehen will, dann machst du das auch allein schon. Ja, die Bad Future Tracks, keine Frage. Die sind außer Tidal Tempest halt auch bang, voll in die Fresse. Aber ich finde das eigentlich an Sonic CD auch sehr cool, dass du sehr viel Variationen auch zwischen den Zeiten hast, weil du hast ja für jede einzelne Stage, hast du ja vier verschiedene Soundtracks. Genau, ja. Du hast ja einmal Past, Present, Bad Future und Good Future. Ja. Also nicht für jede Stage, aber für jede Zone. Mhm. Und das mag ich sehr an dem Spiel. Das führt aber natürlich auch dazu, dass der Soundtrack auch viele langsamere Sachen drin hat, zwangsläufig. Und deswegen, so vom Gesamtpaket her mag ich einfach Sonic 3 und Knuckles vom Soundtrack her mehr. Ist natürlich verständlich, ja. Aber der Special Stage Soundtrack slappt. Ja, und das Boss-Film. Als der besten Boss-Film. Juhuhuhu. Work that sucker to death. Come on now. Work that sucker to death. Und ja, wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, letzte Woche über das Final-Boss-Film gesprochen. Das ist einfach grandios. Holy shit. Dieser Nights-Remix ist wundervoll. Ich wusste immer noch nicht, dass es ein Nights-Remix ist. Du hast es wahrscheinlich letzte Woche schon erwähnt. Ich habe es wieder vergessen. Ja. Das Lied ist tatsächlich original aus Nights. Nights in Dreams, glaube ich. Oder ist er Sonic CD und wird den Nights nochmal wiederverwendet? Eins vorbei, aber es kommt auf jeden Fall in Nights auf. Ich würde fast meinen, dass Sonic CD for Nights rauskam. Vielleicht, ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Warte, lass uns das überprüfen. Sonic CD Release. 23. September 1993. Und Nights in the Dreams, 5. Juli 1996. Ah ja, das war ein bisschen später. Tatsächlich. Ja. Ein bisschen. Ganz leicht. Aber gut, trotzdem hätte ich es jetzt nicht gewusst. Und wir machen gleich noch weiter mit Sonic Origins. Das klang jetzt so, als würde ich als nächstes sagen, aber vorher ein Wort von unserem Sponsor. Genau. Nein, wir machen direkt weiter natürlich mit Sonic Origins. Denn Sonic Origins hat einen Patch bekommen. Die Playstation-Version hat einen Patch bekommen. Oh, wow. Und dieser Patch, man könnte jetzt meinen, der behebt halt die ganzen Probleme, die seit über einer Woche angesprochen werden und kritisiert werden. Und ja, nee. Dieser Patch fixt, dass wenn Spieler das Rankings-Menü geöffnet haben, wenn man existierende Rekorde in meine Daten hatten, ja, dann ist das Spiel vielleicht eingefroren. Auf Playstation-Konsolen. Das wurde gefixt. Punkt. Immerhin. Ich meine, ist auch schon sehr wichtiger fix, aber bis dato leider der einzige. Ich hoffe, da kommt noch was. Ja, ich habe jetzt die Playstation-Version nicht, deswegen konnte ich das nicht nachempfinden, aber ich würde gerne an der Xbox mal lagfrei das Menü spielen. Ja, ich würde gerne Sonic 2 spielen in Sonic Origins, ohne von den ganzen Tail-Sounds gequält zu werden. Das wäre es ja nicht. Okay, an der Switch habe ich es jetzt noch nicht gespielt. An der Xbox, wie gesagt, habe ich es, glaube ich, einfach irgendwie ausgeblendet. Ja. Aber ja, mal gucken, vielleicht kommt da ja noch ein Patch und vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal einen wirklichen Classic-Mode. Denn wer erinnert sich nicht an das klassische Sonic the Hedgehog 1 mit Spin Dash? Genau, Drop Dash natürlich. Und nein, Drop Dash war jetzt im Classic-Mode nicht drin, aber der Spin Dash schon. Ah, echt? Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe jetzt nur Anniversary-Mode gespielt durch die Story halt. Und das ist das klassische Sonic the Hedgehog 1 mit 60 Frames pro Sekunde. Also das ganze Ding ist basically Anniversary-Modus, nur mit Seitenrändern. Und ohne Drop Dash. Ja, und mit Leben. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein Review von jemandem gesehen, da ich jetzt ein bisschen negativ darüber sprechen möchte, erwähne ich den Namen mal nicht. Aber die Person meinte, ja, es gibt dann auch noch den Classic-Modus für Leute, die keinen Spaß wollen. Wo ich dann so war, das ist erstens nicht deine Entscheidung zu entscheiden, wer jetzt an was Spaß hat. Und zweitens ist das einfach eine scheiß Aussage, du Vollposten. Und all die Leute, die Sonic damals 1991 das erste Mal gespielt haben und definitiv keinen Spaß gehabt haben. Ja. Deswegen ist die Franchise auch nicht so groß geworden, wie sie nach wie vor ist, 30 Jahre später. Kein Spaß, klassischer Sonic-Spinnen zu haben, sorry. Die Aussage fand ich halt echt scheiße, tut mir leid. Ja, die Aussage ist ein bisschen grenzwertig. Also er kann halt von mir aus sagen, dass er damit keinen Spaß hat, oder sie. Aber ganz ehrlich, so, ja, das kann man dann spielen, wenn man keinen Spaß will, finde ich einfach kacke. Tut mir leid. Muss nicht sein. Ist ein bisschen aggressiv formuliert, ja. Vor allem, weil Sonic Origins ganz viele andere Gründer hat, die dafür sorgen, dass man keinen Spaß mit dem Spiel hat oder haben könnte. Naja. Es gibt ein Update für Playstation Version 1.0.4, ladet es euch runter, wenn ihr gerne möchtet. 4 bringt es halt nicht. Das fixt halt nur eine Instanz, wo es hätte crashen können, potenziell. Eine Kleinigkeit, ja, aber besser als nichts und hoffentlich ein gutes erstes Zeichen, dass Sega-Gebiet ist, Sonic Origins zu patchen. Mal schauen. Hm, weißt du noch nicht. Das müssen wir dann in ein paar Monaten bewerten, schätze ich. Aber eine letzte News haben wir noch für euch. Ja, genau. Und das ist IDW, ein ganz großer Meilenstein. Ja, jetzt ist sie endlich veröffentlicht worden, nachdem sie leider wieder um eine Woche verschoben und morgen ist Sonic the Hedgehog, Ausgabe Nummer 50 ist endlich rausgebracht worden und wow. Und was für eine Ausgabe es tatsächlich auch ist. Ich habe sie mir jetzt leider selbst noch nicht durchlesen können. Meine Bestellung ist draußen, aber ich warte immer so ein, zwei Wochen, bis der Comic dann tatsächlich vor meiner Haustür importiert wird. Das braucht leider ein bisschen. Aber was man so hört, sind die Reaktionen relativ positiv. Scheinbar ist IDW da und Ian Flynn eine wirklich tolle, große Ausgabe gelungen, die einige Plotpunkte relativ zufriedenstellend abschließt und einige weitere Plotpunkte wieder eröffnet. Also ich habe überall Noah gelesen auf Twitter, das war ein Banger, holy shit, ist das geil, mehr davon, macht weiter, Jesus, was ist das? Also ich habe nur positive Reaktionen bekommen. Aber auch normalerweise habe ich gar nicht so viel in meiner Twitter-Bubble drin, was über die Comics diskutiert wird. Aber bei dieser Ausgabe war das halt echt anders. So viele Leute, denen ich folge, waren einfach so, was war das für eine geile Ausgabe, holy shit. Also ja, sie scheint gut eingeschlagen zu haben. Könnt ihr euch natürlich dann selbst davon überzeugen. Die Ausgabe ist, wie gesagt, ab dem 29. war es. Ich glaube, das war der 29. Ja, genau, ab Mittwoch, dem 29. ist die Ausgabe draußen. Könnt ihr euch holen, entweder auf den IDW-Apps oder ihr schaut bei den Comic-Laden eurer Wahl vorbei und schaut, ob die Ausgaben importiert werden können physisch. Aber digital habt ihr auf jeden Fall auch bei uns sehr gute Möglichkeiten, diese Ausgabe zu bekommen. Und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ohne die Ausgabe selbst gelesen zu haben, aber ich freue mich wirklich schon sehr drauf, da mal einen Blick reinzuwerfen, weil man hört so viel Gutes und ich muss noch warten. Ich will eigentlich gleich lesen. Ich freue mich auch drauf, das in sechs, sieben Jahren irgendwann mal zu lesen. Höchste Zeit. Jetzt Ausgabe 50 könnte ein guter Anreiz sein, endlich mal aufzuholen. Ja, ich habe so wenig Zeit. Ja. Ich will auch noch zocken und ich brauche auch mal Ruhe und... Ja, wir kommen im Leben eines Erwachsenen. Erwachsen sein ist scheiße, bleibt alle Kinder. Ja, genau, kann ich so unterstreichen. Aber das Coole am Erwachsenen sein ist, man kann sich viele Dinge kaufen, wie zum Beispiel Sonic Comics. Genau, die ganzen Sonic Comics. Man kann sich sogar teilweise aus Amerika importieren lassen, wo man irgendwie 12 Euro pro Comic pro Monat zahlt und es geht sich trotzdem aus, weil man so ein bisschen Geld auf der Seite hat. Yay. Oder man macht es wie ich und macht einfach diese Woche mal Kahlschlag auf Ebay. So, oh, das sieht cool aus, oh, das sieht cool aus, oh, das sieht cool aus. Ups. Und dann hat er keine Zeit, um irgendwas davon zu spielen oder zu lesen, je nachdem. Ich habe mir diese Woche die Sonic Gems Collection, nein, warte, nicht die Gems Collection, die... Äh, gib mir einen Moment, erzähl mal kurz irgendwas, ich stehe mal kurz auf und gucke nach, was ich mir gekauft habe. Okay, cool. Es wird wahrscheinlich die Sonic Classic Collection Plus, ich weiß aber auch nicht mehr genau. Ach, das war jetzt Playstation 2 wahrscheinlich. Es ist die Sonic Mega Collection am Gamecube. Mega Collection. Also die, die, äh, was ist alles drauf? Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles, Sonic CD, äh, ich muss nochmal aufstehen und nachgucken, was da alles drauf ist. Ja, schlimm, dass du dir das besorgen hast müssen, weil es aktuell keine, aktuell vor einer Woche herausgekommene Möglichkeit gibt, diese ganzen Klassiker zu spielen. Schon blöd, dass man da jetzt auf Ebay suchen muss. Es ist auch noch Sonic Spinball drauf und Sonic 3D. Hört, oder? Ich hab dich gehört, doch. Ah, okay, gut. Ich hab mein Headset ja auf. Und Dr. Robotniks Mean Mean Machine, also quasi die ganzen Mega Drive Spiele. Und das ist auch die Version, wo super viele Comic Cover und andere Illustrationen mit drauf sind. Ja, genau, kann ich mich erinnern. Und außerdem hat es 20 Euro gekostet. Oh, das ist ein Güterpreis tatsächlich. Also tatsächlich war die überraschend günstig. Die Gems Collection will ich mir aber auch nochmal holen. Da sind ja, glaube ich, die ganzen Master System Spiele drauf. Ja. Hier gibt es auch noch versteckte Spiele und Funktionen. Da weiß ich aber nicht genau, was es sein wird. Könnte sein, dass es auch noch ein paar Master System Spiele sind. Ja. Aber ja, ich bin mit dem Kauf eigentlich sehr zufrieden. Also mit 20 Euro hast du ziemlich sicher nichts falsch gemacht, ja. Weil die Mega Collection, die wird auch viel gelobt. Mhm. Die ist recht gut gelobt, ja. Ja, mal gucken, wann ich sie dann am Ende anspiele. Aber es wird irgendwann passieren. Ja. Wenn ich mein Gamecube mal zum Laufen bringe oder meine Wii. Das ist immer ein bisschen schwierig an einem modernen Fernseher, das irgendwie zu bekommen. Ja, ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Dass jemand, der 64 rumging hat, an dem man Hitsberger mal spielen würde, ist das wirklich jedes Mal ein Struggle. Das ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, Sonic & Knuckles, äh, nein, Sonic 3 mit dem alten Soundtrack zu spielen. Mhm, genau. Und Sonic 3 auch einzeln zu spielen. Ja. Wobei, die Option habe ich, glaube ich, nee, warte, die habe ich nicht mal am PC, aber an den Konsolen noch. Also ich habe an der Xbox, habe ich die Spiele ja auch noch einzeln. Ähm, David, du musst mir aber mal kurz auf die Sprünge helfen. Oh, ja? In Sonic 3 und Knuckles war Big Arms nicht drin eigentlich, oder? Ja, genau, stimmt. Ursprünglich war es nicht drin. Für Sonic Origins haben sie den Kampf glücklicherweise mit eingefügt, ja. Gut, dann lag ich nicht falsch, als ich das durchgespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon angesprochen hatte, aber Big Arms war halt plötzlich da und ich war so, er war doch in einem zusammengeschlossenen Spiel gar nicht drin. Jetzt habe ich ja gar nichts, was ich noch daran kritisieren könnte, verdammt. Ja, ne, also das ist, finde ich, ein sehr cooles Extra, dass man in Sonic Origins Big Arms tatsächlich auch bekämpfen kann, weil das war es so nicht. Wenn man Sonic 3 und Knuckles zusammengesteckt hat auf der Mega Drive, dann ist der Big Arms Fight entfernt worden aus dem Spiel, wahrscheinlich, weil er einfach schon zu heftig war im Grunde für den Mid-Punkt des Spiels. Aber jetzt, wo es keine Leben mehr gibt, hat sie sich gedacht, hey, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn sie da einen Boss mit Checkpoint davor machen. Äh, davor war kein Checkpoint. Also nicht direkt vor dem Boss, aber halt vor dem ganzen Boss Rush, den man da in der Launch-Base hat. Ja, das ist aber echt ein Problem. Ach so lange nicht. Besonders, wenn du dann ohne... Ja, das ist extrem einfach. Besonders, wenn du dann ohne Ringe da bist. Und, ja. Oh, okay. Da kommen drei Bosse hintereinander. Und du hast drei Ringe dafür, wenn du stirbst. Ja, okay. Das ist... Also ich bin ganz gut durchgekommen. Also der Big Arms, muss ich sagen, ist jetzt der leichteste von denen, würde ich behaupten. Echt? Ich fand den überhaupt nicht schwer, nein. Ich meine, er ist nicht gar so schwer, wenn man weiß, was man tut, aber... Ja, gut, ich wusste jetzt, was ich tue. Aber wenn man den jetzt zum ersten Mal sieht... Granted, kann er schon etwas schwieriger sein. Aber ansonsten müssen wir einfach nur warten, bis er angeflogen kommt, wenn er jetzt nicht gerade ganz oben fliegt. Und dann halt, ja, gegenspringen. Ich springe heute extrem gut heimeln. Man darf jetzt keinen zu hohen Sprung machen und auch keinen zu niedrigen Sprung. Aber es könnte sein, dass das am 16 zu 9 liegt. Aber ich hatte da keine Probleme, weil man ihn wirklich rechtzeitig anfliegen sieht. Genau, ja. Hast du es mittlerweile eigentlich durch? Nicht ganz tatsächlich. Ich habe am Wochenende ein bisschen Zeit gehabt zu spielen und ich bin jetzt irgendwie in die Hidden Palace Zone und habe die letzte halbe Stunde irgendwie nicht mehr gehabt, um das Spiel zu kompletieren. Aber was ich gespielt habe von Sonic 3 & Knuckles, wirklich gut gelungen. Und ich habe auch bei meinem Durchgang keinen einzigen Glitch bis jetzt bemerkt. Also, das Spiel war von vorn bis hinten relativ sauber und technisch ziemlich einwandfrei. Keine Probleme mehr. Ich hasse dich. Sorry? Ich hasse dich. Abgrundtief. Ist in Arbeit. Ja, nee, Doomsday Zone ist halt echt geil. Ich hoffe, du hast alle Chaos- bzw. Super Emeralds gesammelt. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Die Chaos Emeralds habe ich in der Marvel Garden Zone gehabt und habe mir gedacht, wow, easy. Die Super Emeralds sind absolut kein Problem. Und dann habe ich den Knuckles-Part angefangen. Habe drei Ringe in Mushroom hingefunden und mir gedacht, ja, das geht sich leicht aus. Easy. Und dann habe ich das ganze rechtliche Spiel keinen einzigen großen Ring mehr gefunden. Oh, dabei sind doch gerade in der Lover Reef Zone noch welche, die sind recht einfach zu finden. Ja, keine Ahnung. Ich bin an allen vorbei. Aber ich habe halt sowieso das Glück gehabt, in der Mushroom Hill Zone schon irgendwie sechs Stück gehabt zu haben. Okay. Das ist halt fast im Muskelgedächtnis drin, wo ich hin muss, weil ich das damals häufiger gemacht habe. Ich habe ja auch einen kompletten Playthrough, nee, mehrere komplette Playthroughs mit Sonic, Tails, also einmal mit Sonic und Tails, einmal mit Tails einzeln, einmal mit Nuckets einzeln. Und ich glaube auch nochmal mit Sonic einzeln auf YouTube damals gemacht. Wo ich halt jeweils in der Mushroom Hill Zone alle Chaos Emeralds, äh, alle Super Emeralds gesammelt habe. Deswegen, das ist halt voll drin gewesen. Ja, aber ich glaube, auf die Super Emeralds werde ich für diesen Run verzichten müssen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt in Death Egg und Hidden Palace noch genug finde. Äh, die kannst du ja im Nachhinein auch noch sammeln, im Zweifel. Ja, das geht ja auch, ja. Und was mir, äh, noch ein bisschen nervig aufgefallen ist, Sonic CD 2011 hatte vier Spielstände, jetzt hat es zwei. Also einmal den Story-Modus-Spielstand und den, ja, Anniversary-Mode und Classic-Mode-Spiel, also drei Spielstände, Classic-Mode auch noch vier, wenn man nochmal Mirror-Mode mitnimmt, äh, aber du, du verstehst schon. Ja, ja. Fand ich, find ich schade, ich hätte gern mehr Spielstände für die einzelnen Sachen. Ja, wär cool, ja. So wie bei, wie was bei Sonic 3 & Knuckles eigentlich gewöhnt ist, wo wirklich zahlreiche Spielstände frei auf dem Wort. Aber naja. Ansonsten kam bei mir der Sonic the Hedgehog 2 Soundtrack an, auf CD. Oh, sehr cool. Nicht im Zoll hängen geblieben, sehr schön. Ja, Spaß beim Reinhören. Ich, ähm, der ist eingeschweißt, als würde ich den auspacken, David. Oh, okay, ich hab mir... Da steht sogar Limited Edition drauf. Ah. Es gibt den Soundtrack auf Spotify, warum sollte ich ihn auspacken? Weil man das so macht mit Soundtracks, eventuell. Ich hab irgendwie nicht die richtige Sammler-Mentalität dafür, glaub ich. Ja, das glaub ich auch. Wenn Soundtrack hab, ist einfach aufmachen, einlegen und mal gemütlich anhören. Ich hab nicht mal ein CD-Laufwerk. Oh, okay, dann könnte es vielleicht ein Problem werden. Ja, und wie gesagt, das gibt's halt auf Spotify, also warum, warum sollte ich? Ja, weil es sich einfach besonders anfühlt, wenn man den eigenen Soundtrack einlegt. Das heißt, wird man eine alte Schallplatte auflegen, das macht man ja auch nicht einfach so. Nein, also das fühlt sich ganz anders an, als eine CD ins Laufwerk zu packen. Nö, lass mich das. Nein. Okay. Niemals. 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 Ja, aber ich habe vor, übrigens, demnächst mal wieder YouTube-Videos zu machen. Oh, cool. Und zwar potenziell von jedem der Sonic-Spiele ein Mirror-Mode-Playthrough. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Bock drauf, das zu machen. Eigentlich hab ich auch Lust, das zu streamen, zusammen mit dir, aber du hast ja nie Zeit. Ja, Zeit ist ein bisschen ein Problem. Weil das könnte man halt super machen, keine Ahnung, Sonic 1, 2 und Sonic CD, die brauchen halt nicht mal eine Stunde jeweils. Das stimmt wirklich. Das könnte man halt super streamen, aber du hast halt leider keine Zeit, das ist immer doof. Mal schauen, vielleicht kann ich was freischieben für diesen besonderen Anlass. Also Mittwoch hab ich auf jeden Fall auch keine Zeit, weil da bin ich im Kino zu Thor, Love & Thunder. Oh yeah. Bei mir geht's im Wochenende wahrscheinlich rein. Ja, nee, ich will ihn direkt Mittwoch sehen und da waren noch genug Plätze im Kino frei. Das ist halt auch völlig an mir vorbeigelaufen. Wir haben es letzten Mittwoch gemerkt, so, oh, der kommt ja schon nächste Woche. Ja, ich hab das auch irgendwie erst gegen Ende der Woche so gemerkt, von wegen. Oh wow, der ist in einer Woche da, okay. Und ich hab gestern noch mit jemandem den ersten Thor-Film geguckt und meine Güte, war der scheiße. So langweilig und träge einfach hier. Und wir müssen den zweiten halt auch nochmal gucken und den dritten, auf den dritten freue ich mich, der dritte ist geil. Ja, der dritte ist super. Aber die ersten zwei, ich weiß nicht mehr, worum es im zweiten Thor-Film ging. Gar nicht. Mit welchem Weltraumelfen und Zeugs. Ich weiß nur, dass Loki so tut, als würde er sterben. Ja, genau. Zwei Beuze aber. Und dass sie am Anfang vom Film so ein komisches Dimensionsloch haben, sie schmeißt hier einen Autoschlüssel rein und am Ende des Films findet sie ihn irgendwie wieder, weil sie zufällig irgendwie da gelandet ist und das war so hart unlogisch, dass mir das im Kopf geblieben ist. Ja. Und Jane, die ich eigentlich im ersten Teil sehr mochte, ist mir im zweiten Teil super auf die Nerven gegangen. Ah ja. Aber ich liebe Darcy. Wahrscheinlich ein bisschen neul ist. Darcy, bester Charakter aus dem MCU. Ja, Darcy. Change my mind. Sehr neul. Sehr neul. Also gerade in WandaVision war es halt so cool. Ich habe sie echt geliebt. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, für heute haben wir es, oder? Ja, sollten dürfen. Sollten. Wir wissen, wir haben wahrscheinlich wieder irgendwas vergessen. Ja, irgendwas ist immer, was wir vergessen haben. Ich kann ja nochmal gucken, ob wir neue Bewertungen haben. Oh. Für die, die es nicht wissen, bewerten, könnt ihr uns beispielsweise bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify oder ihr könnt uns auch einen Daumen hoch auf YouTube geben. Darüber freuen wir uns echt sehr. Mhm. Und die Bewertungen bei Apple Podcasts sehen auch sehr gut aus. 14 Stück und ein Durchschnitt von 4,8 Sternen. Ah, cool. Auf Spotify sind wir, ich habe vor ein paar Tagen geguckt, da waren es glaube ich 37 und ein 4,4er Durchschnitt, was auch sehr cool ist. Mhm. Also, ja, bewertet uns, wo auch immer es geht, wo auch immer ihr wollt. Wir freuen uns drüber. Natürlich auch über Kommentare, die ihr beispielsweise auf YouTube hinterlassen könnt oder auch auf unserem potenziellen SpinDash Newsartikel auf Twitter unter dem Handel at SpinDash-De, wo wir dann immer die neuen Folgen auch posten oder Instagram unter dem Handel at Goddard Podcast, keine Leerzeichen zusammengeschrieben. Und wir haben von der lieben Delphox einen Kommentar bekommen auf YouTube. Ah, cool. Ein kleiner Vorschlag für eine Diskussion. Eine lange Diskussion darüber, wie die zweite Zone aus Sonic 3 heißt. Ich glaube, davon hatten wir mittlerweile ein paar. Ja, ich glaube, das haben wir schon ziemlich gut aufgehakt. Ich glaube auch, das hat sie nur sarkastisch gemeint, weil unter der letzten Folge, das ist ja dann schon das dritte Mal, dass wir diese Diskussion hatten. Ja, kann kommen. Und dann noch von Adam Okon von vor fünf Tagen auf YouTube. Ich kenne Sonics seit der ersten Stunde, als er im Magnum-Set des Mega Drive von 1991 dabei war und ich muss sagen, bin mit Sonic Origins ganz zufrieden. Der Sonic 2 Bugman Tales ist verschmerzbar und dass drei Tracks in Sonic 3 aus rechtlichen Gründen ausgetauscht worden ist. Auch kein Problem, wenn man das Originalspiel hat. Doch was mich etwas enttäuschte, war die Hidden Palace Zone aus Sonic 2. Nur ein Act und es wurde wohl auch hier aus rechtlichen Gründen nicht Track 10 verwendet. Wo ich jetzt nicht weiß, was Track 10 ist, muss ich dazu sagen. Ja, muss ich auch nochmal genau da schauen. Außer, dass es nach jedem Level speichert und ich den PS5-Controller in der Hand habe, fühlt es sich an wie damals. Sonic CD konnte ich auch erst 2011 auf PS3 nachholen. Gruß und God of Go Fast und Gruß zurück und danke für den Kommentar. Toller Kommentar, danke dafür. Also auch wenn ich jetzt halt eine etwas andere Meinung zum Sonic Origins Paket habe, finde ich es toll, dass irgendwie bei dir keine Bugs aufgetreten sind oder sowas, sodass du Spaß daran hattest. Ja, das ist die Art. Und ja, das war es eigentlich an Kommentaren. Ihr könnt uns auch gerne auf unserem Discord-Server besuchen. Den findet ihr verlinkt unter jeder Folge, auf jeder Plattform. Also nicht unter jeder Folge, so die ersten haben es auf jeden Fall noch nicht drin, weil wir den ersten, glaube ich, nach einem halben Jahr öffentlich gemacht haben. Aber ja, eigentlich solltet ihr unter dieser Folge einen Link finden in der Beschreibung, der euch zum Discord-Server führt, wo wir euch gerne willkommen heißen, wo ihr auch über den Podcast sprechen könnt und über alle anderen Sonic-bezogenen Themen und Sega-Themen auch gerne und auch andere Spiele. Also kommt gerne vorbei. Und das war jetzt der lange Block des Shameless Plugs. Ja, muss hin und wieder mal sein. Muss hin und wieder mal sein. In diesem Sinne, macht es nicht gut, macht es besser, passt schön auf euch auf, bleibt alle gesund. Und ja, habt einfach einen schönen Sommer. Heute geht es ein bisschen mit der Temperatur. Also es soll noch auf 30 Grad hochgehen um 17 Uhr dann. Oh wow, ja. Aber mal gucken, ob das was wird. Ich sterbe gerade nicht vor Hitze. Ja, es geht, es ist außerhalb aktuell. Viel besser wie letzte Woche. Genau, genau. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, hoffentlich. Macht es gut. Ciao. Habt eine gute Woche, bis dann.